Woher kommst du, Mann? Ich suche jemanden. Du suchst den Jäger. Wir leben in einer wirklich seltsamen Zeit. Das neue dunkle Zeitalter. Hi. Keine Angst, ich werde dir nichts tun. Ladies and Gentlemen, Mann gegen Mann auf Leben und Tod. Und jetzt der Fluch der alten Berserker, der ungeschlagene Jäger, der einzigartige Fehler. Mister, ich bin's. Martin? Ja. Vor sehr langer Zeit gab es einen Mann. Macht Platz. Kleine Vorkehrung. Wie heißt der Mann? Er wird Mister genannt. Er reiste durch das Land und tötete die Vampire. Irgendwas ist in diesem Mann kaputt gegangen. Alles, was er wollte, war töten. Ich dachte, du wärst tot. Sehe ich etwa tot aus? Ja. So könnte man es nehmen. Sie ist etwas Neues. Sie will mich. Ich habe ihr Auge erwischt. Sie will mich im Herzen treffen. So wie ich sie. Die werden uns alle oben bringen. Schaff lieber deine Leute auf den Berg, bevor die anderen kommen. Ich will nicht mehr. Okay. Vermutlich würden wir alle vier dabei drauf gehen. Ich habe gehört, das wird sowieso passieren. Dann soll es wenigstens was bringen. Die wollen uns heute noch einreißen. Die Zeit für ein Feuerchen. Wir fehlen ihr den Arsch oder gehen dabei drauf. So oder so verschaffen wir diesen Leuten Zeit. Martin? Ich hasse Vampire. Ich hasse Vampire. Ich schaff Downloads. Vielen Dank.